So, ja hallo, Hilde, ja die Hilde Maus, also ihr seht, die anderen sind jetzt weg und dann kann die Hilde auch, die Hilde kommt zur Mami, ja natürlich, schau, habt ihr das jetzt gesehen, wie ich eine ganz kurze, ruckartige Bewegung mache und auch wenn ich jetzt so auf ihren Kopf hingreifen will, schau, geht sie sofort weg, wenn ich von unten komme, super Hilde, super und wie ich auf sie zugehe, super Hilde, alles gut, ich bin schon wieder weg, schau, Mami macht nichts, was du nicht willst, die größte Angst ist, wenn du mit der Hand zum Kopf hingehst, eine ruckartige Bewegung, ja Mäuselein, kommst du zu Mami, so eine brave Mose und da kann ich jetzt da unten, schau, wenn ich mich so seite, so, super, super, gut gemacht, nein, noch immer nicht, noch immer nicht, geht's noch immer nicht, das macht nichts, schau, das macht gar nichts, mein Mäuschen, Pustekuchen, brav, ja, ich hab eine tüchtige Maus, so eine tüchtige Maus, hm, schau, Hand von unten und ich geh neben dir, darf ich noch immer nicht, gut, darf ich noch immer nicht neben dir gehen, aber ihr seht, schon langsam wird das was. Das ist die Hilde, die normalen, die anderen sind mit einem Seil weg, Hilde, bravo Hilde, da kann ich schon hingehen zur Hilde, oh, super Hilde, super Hilde, alles gut, super, ja, die Hilde, schau, ich darf schon halb verhalten, super Hilde, und dann geht wieder weg, es passiert nichts, gar nichts passiert, gar nichts, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, nur am halb verhalten, schau, nur am halb verhalten, gestreifen, und alles gut.